Die Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serin. Schönen guten Abend, Dienalen. Christine Otto ist wieder mit mir im Studio, hat später den Sport. Frauenfußball am Frauentag. Guten Abend. Dann schauen wir jetzt gemeinsam auf unsere Themen. Hilfe für Gaza. Die notleidenden Menschen sollen schon bald von den USA und der EU auch auf dem Seeweg versorgt werden. Internationaler Frauentag. Tausende fordern Gleichberechtigung und dass Frauen besser gegen Gewalt geschützt werden. Banger Blick nach oben. Trümmerteile der ISS rasen auf die Erde zu. Ein Einschlag in Deutschland gilt aber als so gut wie ausgeschlossen. Die Kriegshandlungen im Gazastreifen, sie führen zu Hunger, Not und Elend. Die bisherigen Hilfslieferungen per Lkw oder aus der Luft reichen der leidenden Bevölkerung bei weitem nicht aus. Jetzt kündigte US-Präsident Biden Hilfe für Gaza auch über den Seeweg an. Und da wollen wir drauf schauen. Dafür wird nämlich in dem sehr flachen Wasser ein provisorischer Hafen errichtet. Von Larnaka auf Zypern aus sollen dann Hilfsgüter in den Gazastreifen gebracht werden. Nahrungsmittel, Wasser, Medikamente und Notunterkünfte. Die Amerikaner richten den Korridor gemeinsam mit der EU und anderen Partnerländern ein. Anselm Stern berichtet aus Tel Aviv. In den Trümmern im Kriegsgebiet im Gazastreifen versuchen Hunderttausende zu überleben, irgendwie. Essen, Medizin, Hilfe kam bislang vielerorts gar nicht oder viel zu wenig, etwa aus der Luft. Bald, so die Hoffnung, soll nun endlich mehr ankommen. Per Schiff. Von Zypern aus. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, heute im Hafen von Larnaka, verspricht. Wir stehen jetzt kurz davor, diesen Korridor zu öffnen, hoffentlich Samstag oder Sonntag. An Gazas Küste könnten also bald erst einmal einzelne Lieferungen ankommen, wo und wie genau, unklar. In einigen Wochen soll es dann einen großen Nothafen geben, für große Schiffe, gebaut von US-Soldaten. Heute Abend weise ich das US-Militär an, eine Notmission zu starten, um einen temporären Hafen an der Gazaküste einzurichten, der große Lieferungen empfangen kann, Essen, Wasser, Medizin, Notunterkünfte. Die Not der Menschen zumindest lindern, doch wer soll wie die neuen Hilfslieferungen verteilen? Mitten im Chaos aus Verzweiflung und Hunger, darauf gab und gibt es noch keine Antwort. Es werden sich Menschen tatsächlich aus Verzweiflung um Hilfsgüter streiten. Und dabei wird es dazu kommen, dass nicht unbedingt die Menschen, die die Hilfe am dringendsten benötigen, die Hilfe bekommen, sondern die, die am stärksten sind und sich durchsetzen können. Neue Tote bei der Verteilung könnte es geben und doch viel mehr Hilfe muss kommen. Im Süden des Gazastreifens denken die Menschen in ihren Zelten heute an die im Norden, die gar nichts haben. Wir sagen Ja zu jeder Hilfe für die Menschen im nördlichen Gazastreifen, denn sie benötigen die Hilfe am dringendsten, egal ob sie über Land, das Meer oder aus der Luft kommt. Nach mehr als 150 Tagen Krieg sind mehr als zwei Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen im Gazastreifen. Mehr als 570.000 von ihnen droht bereits jetzt eine Hungersnot. Wir gehen nach Brüssel zu Ulf Röller. Ulf, die EU ist beim Gazakrieg gespalten. Was bedeutet diese Hilfsaktion jetzt für die europäische Nahostpolitik? Ich glaube, die Seebrücke hilft der EU sehr stark, ein einheitliches Bild abzugeben, ein Bild der Geschlossenheit. Das war nicht immer der Fall. Beim Nahostkonflikt und beim Gazakonflikt ist eben die EU zerstritten. Da gibt es einmal den Block sehr viele Länder, die sehr Israel-kritisch sind. Und es gibt den Kleinblock, der auch noch kleiner wird, angeführt von Deutschland, die Israel verteidigen, aber auch diesen Militäreinsatz immer kritischer sehen. Was passiert jetzt? Man wird bei den Hilfsgütern sehr schnell agieren. Wir hören aus Brüssel, dass erstmal ein kleineres Schiff nach Gazahafen geschickt wird, weil das Wasser sehr seicht ist und es darf keinen großen Tiefgang haben, also nur mit wenigen Hilfsgütern. Und dann sollen die größeren Schiffe relativ schnell folgen. Und aus Berlin hören wir, dass die Bundesregierung sich mit Sicherheit mit Hilfsgütertransporten helfen wird und mitmachen wird, ob man auch Schiffe für den Transport bereitstellt oder auch Schiffe zur Absicherung der Transporte, wird noch abgewogen. Also das Fazit, es wird diese Seebrücke geben und sie wird sehr schnell jetzt mit Hilfe kommen. Aber das ist auch eine Tatsache, sie wird das Leiden der Menschen in der Region nur lindern, nicht stoppen. Dankeschön nach Brüssel, Ulf Röller. Wie Hilfe nach Gaza gelangen kann, dieser Frage geht auch ZDF heute live nach um 19.30 Uhr in der App und auf unseren Social-Media-Kanälen. Ja, die Initiative zur Gazahilfe, die machte der US-Präsident wie am Anfang gesehen heute Nacht in seiner Rede zur Lage der Nation publik. Alles, was Biden sagt und tut, bekommt in diesem US-Wahljahr ja noch mehr Gewicht als sonst. Besonders im Fokus steht seine Fitness. Sein hohes Alter wird nämlich nicht nur beim politischen Gegner kritisch gesehen. Benjamin Daniel zeigt uns, wie Biden sich geschlagen hat. Er ist lebendig. Das schreibt sogar die konservative Boulevard-Zeitung New York Post. Wach, agil, schlagfertig, Worte, die man zum Auftritt des US-Präsidenten häufig hört. Die Rede von Joe Biden war besser, als das viele seiner eigenen Leute im Weißen Haus erwartet haben. Es ist eine State of the Union, eine Rede zum Zustand der Nation gewesen, die sehr viel politischer war, als wir das normalerweise kennen bei solchen Anlässen. Und das bedeutet einfach auch, dass der Wahlkampf bereits seine Schatten vorauswirft. In Anwesenheit des schwedischen Ministerpräsidenten, dessen Land gerade der NATO beigetreten ist, reagiert Biden auf die Kritik mancher, er sei nicht fit für eine zweite Amtszeit. Es komme nicht aufs Alter an. Wichtig sei, keine veralteten, schlechten Ideen zu haben. Eine aus Bidens Sicht ganz schlechte Idee wäre, die Unterstützung der Ukraine aufzugeben. Wenn sich die USA raushalten würden, wäre die Ukraine in großer Gefahr, wäre Europa in großer Gefahr, die ganze freie Welt. Es würde andere ermutigen, zu tun, was sie wollen, um uns zu schaden. Meine Botschaft an Präsident Putin, den ich schon sehr lange kenne, ist simpel. Wir werden uns nicht raushalten. Biden betont, die Erfolge seiner Wirtschaftspolitik wirbt für ein Abtreibungsrecht und nutzt die große Bühne im Wahljahr auch für scharfe Worte Richtung Donald Trump. Mein Vorgänger und manche Anwesende hier wollen die Wahrheit über den Aufstand vom 6. Januar vergraben. Nicht mit mir. Dies ist der Moment, die Wahrheit zu sagen und die Lügen zu begraben. Es ist ganz einfach, man kann sein Land nicht nur dann lieben, wenn man gewinnt. Biden beendet seine Rede zur Lage der Nation mit den gewohnten Worten, Gott segne Amerika. Mit der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahl beschäftigt sich unter anderem auch das neue ZDF-Politbarometer. Matthias Vornhoff ist bei uns im Studio. Guten Abend, Matthias. Das voraussichtliche Duell lautet ja Biden gegen Trump. Was glauben die Befragten, wer wohl gewinnt? Na, Donald Trump ist der klare Favorit. Fast 60 Prozent der Deutschen gehen davon aus, dass er der nächste US-Präsident wird. Und interessant dabei ist, vor vier Jahren war es genau andersrum. Da lag Joe Biden vorn zu diesem Zeitpunkt. Das ist ein interessanter Wechsel in der Position. Wir kommen jetzt zur Taurus-Frage. Innerhalb der Bundesregierung ist das umstritten. Olaf Scholz lehnt das konsequent ab, anders als seine Partner. Wie sehen es die Bürgerinnen und Bürger? Naja, eine Lieferung des Taurus schürt die Sorge vor einer Ausweitung des Krieges. Zumal der Marschflugkörper von der Ukraine aus auch Moskau erreichen könnte. So sind nur 34 Prozent für die Lieferung des Taurus-Systems. Eine Mehrheit von 59 Prozent ist dagegen. Mehrheiten für die Lieferung gibt es nur bei den Anhängern der Grünen und der FDP. Das klare Nein von Kanzler Scholz zur Taurus-Lieferung trifft also die Stimmung und sorgt für eine etwas bessere Bewertung seiner Arbeit. Er macht seine Arbeit eher schlecht, finden allgemein 62 Prozent. Aber seine Ukraine-Politik finden 45 Prozent gut, 46 Prozent schlecht. Matthias, dann schauen wir noch auf die Sonntagsfrage. Wie sieht es da aus? Es gibt nur kleinere Veränderungen im Vergleich zur Umfrage vor zwei Wochen. Schauen wir es uns an. Die SPD käme auf 15 Prozent, die Union auf 30, beide unverändert. Grüne 15 plus 1, FDP 4 Prozent, AfD 18 minus 1, Linke 3 minus 1, Freie Wähler 3 und BSW 5 Prozent unverändert. Schwarz-Rot und Schwarz-Grün hätten eine Mehrheit die regierende Ampel wie schon seit Monaten nicht. Dann vielen Dank für diesen Vorgeschmack, Matthias. Und wie immer gibt es das komplette, das ausführliche ZDF-Politbarometer ab 22 Uhr im ZDF-Heute-Journal. So, heute ist der 8. März, Internationaler Frauentag und Feiertag in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Was Gleichberechtigung angeht, hat sich gesellschaftspolitisch zwar schon einiges getan, aber es gibt noch viel Luft nach oben, denn faktisch existiert in vielen Bereichen keine Gleichstellung zwischen Frauen und Männern, etwa bei der Bezahlung. Aus diesem Grund sind auch in Berlin Tausende auf die Straßen gegangen. Die Protestierenden forderten unter anderem bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen für Frauen. Für viele Frauen gehört leider auch Gewalt zum Alltag, vor allem in der Partnerschaft. Im Jahr 2022 hat das Bundeskriminalamt mehr als 240.000 Fälle von häuslicher Gewalt dokumentiert. Und alle Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. Sabine Komm hat eine Frau getroffen, die der Gewalt entkommen konnte. Das ist jetzt ihr neues Zuhause. Rabia Haidari und ihre Kinder leben im Frauenhaus. Wo genau, ist geheim. Ihr Ex-Partner soll sie nicht finden. Die 42-Jährige ist schon als Kind von Montenegro nach Deutschland gekommen. Nie hätte sie gedacht, dass sie eines Tages so viel Gewalt erlebt. Beleidigungen, Hass, Schläge. Richtig faust, richtig vor Kindern. Kinder haben angefangen zu weinen. Mama, Mama, Mama. Da habe ich die Kinder da gelassen. Ich wollte mein Leben retten. Gewalterfahrungen, die Frauen in allen gesellschaftlichen Schichten erleben. Bundesweit gibt es 336 Frauenhäuser. Doch mehr als 14.000 Plätze für von akuter Gewalt bedrohte Frauen und Kinder fehlen. Viele Schutzeinrichtungen sind am Limit. Hier zur Ruhe zu kommen und das Trauma zu verarbeiten, nicht einfach, wenn sich eine Mutter mit ihren Kindern ein Zimmer teilen muss. Und das über Wochen und Monate. Ich wünsche mir, dass die Frauenhäuser besser finanziert werden, ausreichend finanziert werden und die Frauen und Kinder auch adäquat untergebracht und würdig untergebracht werden können. Weil sie sind Opfer, sie sind nicht die Täter. Rabia Haidari hat nach jahrelanger Gewalterfahrung wieder Pläne für die Zukunft. Sie will sich einen Job suchen und neu durchstarten. Ich möchte einfach mein Leben leben jetzt, schön sparen, mit meinen Kindern Urlaub gehen. Das, was ich erlebt habe bei ihnen, möchte ich es nicht mehr. Ich möchte einfach selber mit meinen Kindern glücklich werden. Raus aus der Gewaltspirale. Rabia Haidari hofft auf eine angstfreie Zukunft, so wie zehntausende andere verfolgte und geschlagene Frauen auch. Der Lokführerausstand ist zwar erstmal wieder vorbei, aber der nächste Streik könnte schon bald folgen. Und zwar mit deutlich weniger Vorlauf, so hat es Gewerkschaftschef Wieselski angedroht. Das macht es Zugreisenden und Pendlern noch schwerer zu planen. Heute sagte die GDL, sie sei zu Verhandlungen am Montag bereit, wenn die Bahn bis Sonntagabend ein neues Angebot vorlegt. Sven Rieken berichtet. Als die Bahnhofs-Uhr in Hamburg auf Streikende sprang, änderte sich nichts. Ohnehin werden wohl erst morgen früh die Züge wieder normal rollen. Was bleibt, ist die Frage, wann kommt der nächste Streik? Mittlerweile wirkt es ja in der Art und Weise aus, dass das wirklich mehr oder weniger der ganze Zugverkehr nicht mehr planbar ist. Und von der Attraktivität verliert die Bahn damit für mich komplett. Fernbusse, Privatbahnen und Autovermieter, sie alle gewinnen an der Unsicherheit über weitere Streiks. So kostete ein verfügbarer Mietwagen heute Morgen am Hamburger Hauptbahnhof 135 Euro. Morgen gäbe es einen Wagen für 77 und in einer Woche für 26 Euro. Ruhepreise, an die man sich gewöhnen muss, wenn die Streiks unangekündigt kommen. Wir tun uns beim Abschätzen eines angekündigten Streiks schon sehr schwer. Diese Abschätzung wird noch schwerer, wenn überhaupt nicht mehr absehbar ist, wann, wie schnell und wie lange gestreikt wird. Für die Wirtschaft sind mögliche Streiks ohne Vorwarnung ein großes Problem. Spediteure lassen deshalb schon jetzt die Schiene liegen und nutzen so oft wie möglich den LKW. Was jetzt gerade passiert, glaube ich, gibt dem System Schienengüterverkehr den Rest. Also wir müssen wirklich damit rechnen, dass viele, viele Kunden dauerhaft der Bahn fernbleiben. Von knapp 100 Millionen Euro Verlust sprechen Wirtschaftsexperten pro Streiktag. Das Vertrauen in die Schiene aber ist es, das nachhaltig beschädigt sein könnte. Diesen möglichen Schaden aber kann heute niemand errechnen. Die Niederländer versuchen ihre Rolle während der Judenverfolgung im Zweiten Weltkrieg aufzuarbeiten. Es geht dabei nicht nur um die offensichtlichen Täter, sondern auch um die eigene Verantwortung während der Besatzungszeit. Nur ein Viertel der niederländischen Jüdinnen und Juden überlebte den Zweiten Weltkrieg. Mindestens 102.000 Menschen wurden von deutschen Nationalsozialisten deportiert und ermordet. Im historischen jüdischen Viertel von Amsterdam öffnet am Wochenende das erste nationale Holocaust-Museum. Gunnar Krüger. Das Kleid aus Fallschirmseide trug ein Mädchen im September 1944. Es war der Tag der Befreiung. Es hatte den Holocaust überlebt. Natürlich ist das eine sehr kleine, persönliche Geschichte. Der Holocaust ist so groß. Aber das Kleid symbolisiert meine Rettung. Die kleine, große Geschichte erzählt am historischen Ort. Gegenüber ein Theater. Von hier verschleppten deutsche Besatzer niederländische Juden. Wo Sonntag das Museum öffnet, war eine Krippe. Dazwischen noch heute die Straßenbahn. Sie bot Sichtschutz für einige Mutige, die auf dem Weg über die Straße 600 Kinder retteten. Auf diesen wenigen hundert Quadratmetern in der jüdischen Stadt Amsterdam findet man also Deportation, Kollaboration, aber auch Mitgefühl, Solidarität und Widerstand. Im Amsterdam von heute leben Boaz, Selma und ihre Freunde. Juden und Muslime, die sich für Frieden einsetzen. Auch die Niederlande streiten um den Nahostkonflikt. Was könnte da das neue Museum beitragen? Der Holocaust sollte darin als abschreckendes Beispiel dienen, wie Dinge völlig außer Kontrolle geraten können und wovor wir uns fürchten sollten. Stimmt. Der Zweck eines solchen Museums sollte es sein, zu lernen und breitere Schlüsse zu ziehen. Nämlich für das tägliche Zusammenleben. Die Freunde schulen darum Mitarbeiter, wie in dieser PR-Agentur darin, was man tun kann gegen Hass auf Juden und Muslime. Jetzt nach Nigeria in Westafrika. Dort haben Bewaffnete eine Schule überfallen und offenbar mehr als 280 Kinder entführt. Die Täter hatten das Gebäude kurz vor Schulbeginn umstellt. Zuletzt waren in der Region im Nordwesten des Landes immer wieder Gruppen von Frauen und Mädchen entführt worden. Die meisten kamen gegen Lösegeld wieder frei. Vor zehn Jahren hatte die Terrororganisation Boko Haram in Nigeria mehrere hundert Mädchen entführt, viele vergewaltigt und zu Zwangsehen genötigt. Das Weltraumschrott auf die Erde fällt, das kommt oft vor, im Schnitt einmal pro Tag. Aber ein Teil, so groß wie jetzt, das ist absolut außergewöhnlich. Es geht um eine Plattform mit Batteriepaketen, etwa so breit und lang wie ein SUV und 2,6 Tonnen schwer. Sie stammt von der ISS, ist schon vor drei Jahren bewusst abgekoppelt worden und seitdem Richtung Erde gesunken. Das Problem, die Dichte unserer Atmosphäre, die lässt sich nicht genau berechnen und damit auch nicht, wann alle Bruchstücke am Himmel verglühen. Und ob überhaupt. Dominik Müller-Russell. Sie haben den Himmel ganz genau im Blick, im Weltraumlagezentrum der Bundeswehr am Niederrhein. Der ausrangierte Batterieblock der Weltraumstation ISS ist noch in der Luft, aber kein Grund zur Sorge, im Gegenteil, eher ein Spektakel. Heute können wir Zeuge werden, wenn uns Weltraumschrott überfliegt und dabei verglüht. Das wird zu einem recht späten Zeitpunkt sein, sodass es auch mit dem bloßen Auge zu sehen sein wird. Dass etwas auf Deutschland fällt, ist äußerst unwahrscheinlich bis auszuschließen. Gegen 20 Uhr wird der Batterieblock Deutschland dann bereits zum dritten Mal überflogen haben in den letzten Stunden. Das sind die möglichen Korridore, in denen Experten im Vorfeld mit einem Auseinanderbrechen und Verglühen des Blocks gerechnet haben. Doch wirklich verlässliche Prognosen sind auch für Weltraumforscher unmöglich. Zu viele unbekannte Faktoren sind im Spiel. Uns fehlen Daten zur Atmosphärendichte, Zustand der Thermosphäre, die sich tageszeitlich und regional sehr stark ändern, die aber hauptsächlich für die Bremsung des Objektes auch zuständig sind. Regelmäßig verglühen ausrangierte Satelliten am Himmel. Und genau so soll eben auch der alte Batterieblock vollständig verglühen, erläutert Astronaut Alexander Gerst das Vorhaben. Es ist ab und zu so, dass man von der Raumstation Dinge mit zur Erde bringt, um sie nicht als Weltraumschrott enden zu lassen. Das ist die beste Anweise, um Weltraumschrott zu vermeiden. Das ist im Prinzip eine positive Sache. Ein Blick in den Himmel könnte sich heute Abend lohnen, um Leuchtspuren zu erspähen. Und falls Trümmerteile doch die Erde erreichen sollten, dann, sagen Experten, vermutlich vor der Küste Kanadas. Das ist weit weg von uns. Zuversicht in der Fußball-Europa-League. Christine Bayer-Leverkusen und der SC Freiburg sind auf Kurs Richtung Viertelfinale. Leverkusen 2-2 war ein bisschen knifflig. Aber der SC Freiburg kann sich kommenden Donnerstagabend einen Traum erfüllen und erstmalig in die Runde der Besten 8 der Europa League einziehen. Die Ausgangsposition ist ganz gut, denn diesmal wurde West Ham United besiegt. Alle guten Dinge sind, so sagt man, oft drei. Was zu beweisen war gestern in Freiburg. Die Preisgauer nach zwei Niederlagen in der Gruppenphase zum dritten Mal gegen West Ham die Chancenverwertung. Anfangs mies. Der Trainer schlecht gelaunt. Dank seines Torwarts Atobolu stand wenigstens die Null. Und in der 81. Minute traf dann Freiburgs Österreicher Gregoritsch so etwas wie der Mr. Europa Cup. Der Preisgauer Kicker in dieser Saison 1 zu 0. Knapper Sieg am Ende. Die Mannschaft hat sehr, sehr hart gearbeitet, sich in alles reingeworfen, versucht Fußball zu spielen. Und vielleicht sind alle guten Dinge vier. Nächsten Donnerstag müssen sie den Vorsprung in London verteidigen. Christian Wück wird nach den Olympischen Sommerspielen neuer Bundestrainer der Frauen-Nationalmannschaft. Der 50-Jährige betreut seit 2012 verschiedene DFB-Nachwuchsteams und hat die U17-Auswahl der Männer vergangenes Jahr zum EM- und WM-Titel geführt. Anlässlich des Weltfrauentages werden zum ersten Mal an diesem Wochenende alle Partien der Frauen-Bundesliga kostenlos und frei zu sehen sein. Darunter auch morgen Mittag das Spitzenspiel. Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Beim letzten Treffen in Frankfurt glänzten die Torhüterinnen 0 zu 0 damals, dank Stina Johannes von der Eintracht und der Bayerin Maria Luisa Groß, die auch in dieser Saison schwer zu bezwingen ist. Vier Gegentreffer für München nur in 14 Spielen. Beide Gegner in der Gruppenphase der Champions League gescheitert. Am Dienstag jedoch ins Pokal-Halbfinale spaziert. Frankfurt mit 4 zu 1 in Duisburg, die Münchnerinnen mit 3 zu 0 in Jena. Priorität aber hat die Bundesliga. Der FC Bayern will beim Tabellendritten dominieren, ohne sich Blößen zu geben. Wir wissen, wie stark Frankfurt ist in den Umschaltsituationen. Und ja, ich glaube, das ist das Ziel für Samstag. Und dann hoffen wir, dass wir natürlich auch die Punkte einfahren. So viele Zuschauer wie letzte Saison. 23.000 wird es nicht geben. Morgen spielen sie im kleinen Stadion am Brentano-Bad. Und die Highlights morgen Abend im aktuellen Sportstudio. So soll es sein. Dankeschön, Christine. Frühlingshafte Aussichten hat Katja Horne Vergleich, also zumindest für morgen, das Heute-Journal mit Christian Sievers wie jeden Freitag ab 22 Uhr zu sehen. Das war es von uns. Schönen Start ins Wochenende. Und bis morgen, wenn Sie mögen. Guten Abend. Heute strahlte die Sonne am Nachmittag von der Ostsee bis zum Oberrhein. Selten hielten sich Nebelfelder auch mal länger, wie hier im Schwarzwald oder auch auf der Schwäbischen Alm. Am Oberrhein wurden 14 Grad erreicht. Und damit war es bei uns zum Teil milder als in Kroatien, Teilen von Südfrankreich und Portugal. Jetzt kommen von Südwesten in der Nacht hohe Wolken heran. Häufig ist es aber auch klar, selten bildet sich etwas Nebel. Und an der Küste weht ein bülliger Ostwind. Das wird wieder eine recht kalte Nacht mit Tiefstemperaturen zwischen plus 4 und minus 3 Grad. Und morgen erwarten uns Höchsttemperaturen zwischen 6 Grad an der Ostsee und 16 Grad am Oberrhein. Und morgen ziehen dann hohe Wolkenfelder von Südwest nach Nordost über uns hinweg. Zwischendurch werden sie aber auch schön die Sonne zu Gesicht bekommen. Der Wind kommt aus südöstlichen bis östlichen Richtungen. Am Sonntag werden dann die Wolkenfelder doch etwas dichter werden. Und spätestens am Nachmittag und zum Abend wird es dann westlich des Rheins und auch im südwestlichen Baden-Württemberg und am Alpenrand etwas regnen, bei Temperaturen von 7 bis 16 Grad. Guten Abend.